Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Dienstag, der 13.03.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 329 und ich habe die folgenden Themen mit für euch dabei. iTunes Movie, Texture, Glaswürfel, All-In, Edge Extension, Teams, Outdoor-Lampen und Ikea, ich nehme an, NAB wird es ausgesprochen. Zuallererst gehen wir ein bisschen in die Apple-Ecke. Da hat die Schweizer Filmemacher-Szene, oder besser gesagt der Pressesprecher des Schweizerischen Videoverbandes und der Schweizer Filmvermarketer verlauten lassen in einem Interview, dass Apple das ziemlich richtig macht hier in der Schweiz. Denn sie bieten nicht wie andere Plattformen nur einzelne Filme an, sondern ein breiter gefächertes Angebot und vor allem eben auch Schweizer Produktionen, die man dann verkaufen kann. Da darf Swisscom, Juppie, sie und all die anderen Lustigen, die da noch so auf dem Markt sind, inklusive Netflix, noch einiges davon lernen, denn zumindest auch letzterer hat fast keine Schweizer Produktionen. Bis auf den Bestatter, genau, der ja wieder rausgeflogen ist nach kurzer Zeit. Aber ja, gehen wir zum nächsten Thema. Gerade eben hat Apple was eingekauft wieder mal. Und dieses Mal ist es ein digitales Zeitschriften-Flatrate-Abo-Dienst oder eine App besser gesagt, eben die auf den Namen Texture hört. Und damit kann man für monatlich 9,99 Dollar, also um die 10 Dollar rum Magazine anschauen, lesen. Rolling Stone, Vogue, People, National Geographic etc. All das Zeugs ist da mit drin und einmal bezahlt, also monatlich bezahlt und man kann in all den Zeitschriften rumstöbern. Wer sowas mag, bald wird wahrscheinlich das Apple-eigene System auch ein bisschen weiter aufgebohrt. Mal schauen, was da alles so kommt. Lest ihr noch so Zeitschriften, wenn ja, digital oder im Papier? Lasst es uns doch mal über die Kommentare oder auch über Social Media wissen. E-Mail, wo ihr auch immer mögt. Und in New York taucht er langsam aber sicher wieder auf. Im letzten Jahr wurde ja angekündigt, dass er wieder zurückkommen wird, der Glaswürfel. Es geht um den Apple Store an der Fifth Avenue, der ja ikonenhaft ist mit diesem Glaswürfel, der aus der Erde rauskommt. Der Store wird noch fleissig umgebaut und es wird noch bis circa Ende Jahr dauern, aber dann ist er wieder da. Wer ein paar Bilder dazu sehen möchte zum aktuellen Verlauf, der kann das bei uns in den Shownotes tun. Eddie Q, das ist ja der Software-Chef bei Apple, hat in einem Podiumsgespräch mit CNN ein bisschen darüber berichtet. Zum einen über die Texte-Rap, über die ich vorher schon gesprochen habe, also eben die Flatrate für Magazine. Aber auch Details genannt zu Apples TV-Team, TV-Plan und so weiter. Und da möchte anscheinend, oder eben laut Q, Apple all in gehen. Und nicht einfach nur hobbymäßig, wie sie bis dahin mit der Apple TV umgegangen sind, sondern richtig reinklotzen. Zum einen durch Content. Zehn Serien sind es, glaube ich, mittlerweile, die sie da drin haben. Über 40 Mitarbeiter, die an Originalinhalten arbeiten. Und ich bin echt gespannt, was das dann schlussendlich wird oder ob man hier einfach wieder mal ein bisschen groß rausposaunt. Wir dürfen gespannt sein. Microsoft Edge. Mein Browser der Wahl, wenn ich auf Windows unterwegs bin, der hat ja vor circa einem halben Jahr, war das, glaube ich, Extensions bekommen. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Nur, Extensions sind genauso gut, wie wenn man sie nicht findet. Und deshalb bastelt Microsoft unter anderem fleissig am App Store, ihrem eigenen Microsoft Store rum. Und da soll es jetzt, oder zumindest bei einigen Nutzer ist er aufgetaucht, ein eigenes Tab für Edge Extension. Ich freue mich, wenn das bei mir auch freigeschaltet wird und ich mal sehen kann, was da alles so mit drin ist. Das heißt, Microsoft Teams. Eine App, die es eigentlich gar nicht hätte geben sollen, denn Microsoft wollte sich einfach machen und Slack kaufen. Acht Milliarden waren, wahrscheinlich nach dem LinkedIn-Deal, dann ein bisschen zu viel. Und deshalb hat man sich entschlossen, stampfen wir selber was aus dem Boden. Und das war eben vor einem Jahr rausgekommen, schlussendlich Microsoft Teams. Schlussendlich soll das mal der Nachfolger für Skype for Business werden. Aber alles Schritt für Schritt aktuell mit etwa 200.000 Nutzern oder Firmen, die das Ganze nutzen, weltweit. Und da kommen nächstens einige interessante Geschichten mit oben drauf. Zum Beispiel Cloud-Aufzeichnungen, wenn man Konferenz-Call hat, Inline-Übersetzungen, Cortana-Integration und so weiter. Ich hoffe, dass das nächstens kommt, was man in der letzten Zeit ein bisschen gelesen hat. Dass Microsoft Teams kostenlos genutzt werden kann, also zum Anprobieren. Ich würde das unbedingt gerne mal ausprobieren und ein bisschen mit rumbasteln. Da ich ja viele Microsoft-Dienste nutze, könnte es sein, dass das ganze System sich lohnen würde, sich ein bisschen genauer anzuschauen. Gehen wir weiter zu Philips. Philips Hue, dem smarten Lichtsystem. Außerdem, die haben ja zu Beginn des Jahres, wir hatten auf dem Lebesmart-Blog einen Beitrag dazu und da jetzt auch wieder einen neuen, angekündigt, dass in der zweiten Hälfte des Jahres Licht für draußen kommen wird, also für den Garten. Und ja, was man halt also so ums Haus rum hat. Und da gab es jetzt Neuigkeiten rund um die Light- und Bild-Messe in Frankfurt. Genau, die haben da, also Philips hat da verlauten lassen, dass die ganzen Lampen für draußen, seines Strahler, seines Wegbeleuchte etc. schon im Juli 2018 kommt. Wer also einen Garten seinen eigenen nennt oder sonst was draussen zu belichten hat, der darf schon mal beginnen mit Sparen. Mehr News dazu oder mehr Infos dazu, wie immer bei uns auf daily.geektalk.ch. Schön verlinkt in den Shownotes. Dann, zu guter Letzt, gehen wir noch rüber zu Ikea. Die haben ja immer wieder mal was Technisches. Im letzten Jahr mit den Lampen einen grossen Wurf gelandet. Zumindest sind die Dinger an vielen Orten, wen ich immer wieder lesen kann, ausverkauft. Und ich nutze die auch gerne, vor allem, da man sie ja unter anderem auch fleißig an andere Systeme andocken kann. Aber es geht weiter. Wir hatten es zu Beginn des Jahres, da hat Ikea verlauten lassen, dass man mit Sonos kooperieren möchte. Jetzt kommt ein neuer Speaker auf den Markt, oder zwei besser gesagt. Aber nee, da gibt es nicht um Sonos. Ikea hat einfach mal so zwei Bluetooth-Speaker rausgeschmissen. Ziemlich schlichte, ja, wie alles Geschmackssache. Bluetooth-Speaker, die auch einen Klinkenstecker haben und einzelne Rädchen, um das Ganze ein bisschen einzustellen, so wie man es dann möchte. Sehr, sehr spannend. Funktioniert auf Akku. Kostet zwischen 50 für das kleinere und 90 für das grössere in Euro-Einheiten. NAB heisst das System. Kleines NAB 20 und das grössere NAB 30. Zusätzlich gibt es auch einen Standfuß, wenn man das Ganze nicht hinstellen möchte, sondern auch ein bisschen schräg haben möchte. Und ja, ich glaube, ich muss bald wieder mal in Richtung Ikea. Obwohl, diese beiden Speaker gibt es aktuell nur in Schweden, soll aber im Laufe des Frühjahres 2018 auch in unsere Gefilde schaffen. Somit der nächste Besuch bei Ikea ist sicherlich schon vorprogrammiert. Ich werde kommen. In diesem Sinne, das waren die News, die ich für heute euch zusammen habe tragen können. Ich freue mich, dass ihr immer wieder reinhört. Wir freuen uns über euer Feedback. Was wir uns noch mehr freuen, ist auf morgen, denn haben wir wieder eine neue Sendung für euch. Und euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.